Abgeklärtheit. Die Eigenschaft gelassen. Wer ist da? Kurierdienst. Und besonnen zu sein. Fuck! Marge, wir spielen ein Spiel. Sie haben sich im Haus vertan. Das heißt, halt die Klappe, außer du bist ich. Ich liebe dieses Spiel. Du bist Privatdetektiv? Da sind 20 Dollar drin, ja? Die gehören Ihnen. Nein, nein, deswegen bin ich nicht hier. Ich hab ne Nachricht. Gib mir deinen linken Arm. Nein! Doch, komm schon. Nein! Wenn du zum Arzt gehst, sag ihm, du hast ne Spiralfraktur. Nein! Tieflufthofen. Nein! Ich steh nicht im Telefonbuch. Wenn Sie Probleme mit jemandem haben, können Sie nach mir fragen. Jackson Healy. Ich arbeite für das Justizministerium. Meine Tochter Amelia ist in Gefahr. Bitte, finden Sie sie, beschützen Sie sie. Marge, Jack Healy, nicht aufregen. Ich will dir nicht wehtun. Ich will dich nur was fragen. Nein. Für wie blöd halten Sie mich. Ich bin mir rechtlich, ne Waffe zu tragen, Arschloch. Und seit Ihrem letzten Besuch bleibt dieses kleine Baby genau hier. Keine Bewegung. Ein paar Leute, denen ich vertraue, sagen, du kannst das ganz gut. Ich will, dass du Amelia findest. Ich hätt gedacht, ihr Job wär erledigt, als sie mir den Arm gebrochen haben. Sie sind der, der meinen Dad verhauen hat. Ey. Geohrfeilt hat. Ein großer Unterschied. Hast du sie hier gesehen? Sie hat dunkles Haar. Ihr Name ist Amelia. Was hätt ich davon? Ihr hört damit auf. Womit? Au! Fuck! Damit. Dad, hier gibt's Huren und so'n Scheiß. Schatz, wie oft hab ich dir gesagt, du sollst nicht und so'n Scheiß sagen? Sag einfach, Daddy gibt's Huren. Die Mafia versucht, ihre Geschäfte nach Los Angeles auszuweiten. Irgendwie ist Amelia darin verwickelt. Eins ist klar. Irgendwas lag hier schief. Das wird ja immer noch besser und besser. Du bist der schlechteste Detektiv der Welt. Der allerschlechteste. Der allerschlechteste. Waffe! Waffe! Fuck! Shit! Amelia, lauf! Ich liebe noch! Sie ist einfach positiv. Es wurde keiner verletzt. Manche schon Ich will sagen, sie sind so schnell gestorben, dass sie nie richtig verletzt wurden